Yo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Force Unleashed 2 mit mir im Portial LP. Hoppala, ist schon ein bisschen her, wo ich es gespielt habe. So, jetzt sind wir durch. Da kommen sie ja alle. Aber alle werden sie untergehen, erbärmlich untergehen. Ich gehe hier raus. Ich gehe hier raus. So, was jetzt passiert, dass die loswerden. Die könnten nämlich ansonsten extrem nervig werden. Und die könnten auch eher nervig werden. So. Ah, der lebt noch. Ah, gut, wir leben. Die ziehen freundlich leben ab. Und jetzt der auch noch hinter mir. War das gewollt? Ich glaube, das war gewollt. Wo sind denn die Gegner? Das ist ein Casino, oder? Ach, da oben sind sie. Okay. Aua. Super. Komm, schieß. Aua. Gehe ich lieber direkt an. So. Oh. in welche Richtung ich muss. Aber ich vermute in die. Komm! Go! Okay. Warte. Ah, ich muss B drücken. Das übersieht man ganz leicht. Adios, amigo. Verdammte Scharfschützen, ey. Alter! Du lebst auch noch! Ich weiß gar nicht in welche Richtung ich muss. Wahrscheinlich da hin. Ja, ja. Ähm. Das bin ich halt relativ nah da gewesen. Das. 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 Noch einen Stock runter. Das. 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 wenn man sich selber vereist dann ist es ganz schnell vorbei das sieht man auch kaum was okay okay ich verstehe was ihr von mir wollen nebel ich sehe euch kaum jetzt wird das vereist natürlich ist ja mitten im sommer dagegen überraschend schnell aber sind welche fürs leben wurde der vorher auch selbst weiß jetzt einmal Eiszeit das und das an irgendwas hindern würde er hat sich selber das geht aber sehr schnell dass der da oben stehen kann ach so geht das partei weiter zerstören was ist da passiert ach ich muss die bahn beschützen ok ja aber es hat sich viel abbekommen ja dass das jetzt probleme machen ja 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 die Hier hält sie nicht schwer aus. Da. Okay, ich bin gleich sowas zu down. Alter, war das knapp. Meine Fresse. Und das war auch knapp. Mein lieber Freund. So, da sind wir mal. Jetzt sind wir auf höheren Plattformen. Gebt ihr jetzt auf, oder ihr fehlen kann er nicht. So, runter mit dir. Ich fang erst gar nicht damit an. Was waren das für komische Schüsse? Ah, es hat nicht gereicht bei dir. So. 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 Schauen wir mal, ob wir jetzt noch mehr Schaden machen. So. 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 ich kann auch fliegen schaut es euch an ich bin so mighty da ist auch noch einer klar verarschte mich da wo komme ich denn da rüber ach so moment jetzt komme ich rüber jetzt bin ich da ihr schweine ja klar Ja! Oh jetzt kommt, gib mir Leben. Hälfte schon wieder weg. Aber gegen 2 ist das schon mit der Liga. Ja. Ich mach mich lieber so down. Boah Star Wars Laserschwerter immer wieder geil. So und weg mit euch. Oh, ich kann dir auch einfach entgegenlaufen. BAMS 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 Aber was hier passiert, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Da sag ich mir immer Dank fürs Zusehen. Euer Hatzian LP. Tschü Leute.